So das sind wir bei einer weiteren Folge Hunger Games, diesmal wieder mit AOM 11. Ja. Sorry, ich esse gerade Chips und ich habe folgendes. Ich treue voll gleich in die Mitte. Nimm mir auch... In die Mitte? WTF? Ja, da ist eine Kiste da drauf. Ja. Und du nimmst auch meine Kiste. Äh, okay, ich probier's. Komm, mir hat nett gewonnen. Komm, mir... Ah, leck mich. Arme, Gomme. Mäh, nein, Spaß. Oh nein, 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 ich nehme keine Chips aus der Tüte. Haben wir eine für dich. Hab selber einen. Ich habe eine komplette Lederrüst, sie wurde bis hin gerannt. Da runter. Ja, ich seh dich, lauf weiter. Zu dem Jump'n-Dings. Da ist einer mit Schwert. Lukas, for you. Ich mag ihn nicht. Geld weiß, was mich ist, der mir unten das Wasser weggemacht. Nein. Doch, vorhin war das bei mir weg. Bei mir nicht. Doch, ich schwör. Bei mir auch nicht. Da war's halt ein... Krassiger Lederkappe. Ja, ich brauch alles, ich hab nur einen Apfel. Außer jeder Hose und zwei Pfeile, das hab ich nämlich. Hoffentlich krieg ich jetzt wieder zwei Eisenschwerter hier bei der Kiste. Ähm, schmeiß dir die Sachen mal auf den Podest hier. Na, keine Eisenschwerter, komm, nur... Warte auf mich, ich komm doch. Hab nur ein bisschen Essen, wird aber auch nicht lang. Hier hast du ein Steak. Da sind, bam, voll... Da liegen deine Sachen, Mann! Da ist noch ein Steak, da unten liegt's. Ich hab's doch schwer, du so. Nö. Ah, scheiße. Bestaufnahme, Elber. Ja. Gernig, ich würde die Aufnahme auf Zeit hochladen. Auf Zeit? Ja, zum Beispiel, manche Aufnahmen gewinnt man nach einem Minute. Oder die Arena 4, wenn du zu sechs spielst. Und du hast Eisenschwert. Dann mettest du ja alle. Da kommt einer im Eisenschwert, weht hier. Ich hau ab. Heißt der Skater irgendwas? Keine Ahnung. Oh, hier sind zwei Stück mit Eisenschwert. Wenn ich in einer Aufnahme innerhalb von einer Minute gewinne, dann lade ich die auch nicht hoch. Weil es ist uns langweilig. Es kommt ja auf die Zeit an. Weil die... Weil die Zugtower wollen ja... Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Nein, noch nicht, noch nicht. Auch bei mir legen die gerade alle rum. Bei mir auch. Nervt Gomme und Co. nicht. Enderperle. Doppelpunkt X. Nein, scherz. Ja, mich verfolgt gerade eine Welt. Nein, mich verfolgt gar niemand. Vorhin hat mich einer angegriffen mit einem Holzschwert. Hast du irgendeine Art von Schwert oder so? Nein, aber ich bin down. Und jetzt kommt einer mit Eisenschwert. Scheiße, das war so mies. Der hat den gerade einen gekillt. Und ich hab dann, ähm, dem sein Holzschwert bekommen. Hab ihn aber so richtig drauf eingeschlagen. Der hat vielleicht noch zwei, drei Herzen. Ja, äh, bevor ich hier krepiere, möchte ich auf unser nächstes Projekt hinweisen, gell? Nein, das ist geheim. Das ist doch nicht geheim. Wieso soll das geheim sein? Dann sag's halt. Ja, also, um elf und ich werden T3C-Parcours spielen. Wahrscheinlich. Wenn ich bis dahin einen Server bekomme. Ja, das möchte ich einfach nur schon mal voraussagen. Was ist das denn? Ja, mach halt. Das ist hochgeheim. Okay. Ich weiß, du mich dem Partner nennst. Wie? Auf der Flucht. Ich renne ganz... Und diesmal nicht Skype-Team-Kollege auch um elf. Mach Team-Kollege Maxi. Das hört sich einfach schöner an. Ja, es ist immer so, wenn ich... Wenn ich mit einem Teamspieler, dann sag ich immer Team-Kollege. Ah, soll ich es schreiben? WTF. Äh, Team-Kollege Maxi. Ja. Ja. Muss mich noch mal dran erinnern. Hier liegt einfach so Zeug. Ich hab ein Schwert. Da lag ein Schwert auf dem Boden. Ja, und falls unter den Zuschauern vielleicht einer ist, der sich für... Also richtig gut mit Nitrado auskennt. Ich brauche Hilfe auf meinem Hunger Games Server. Es ist ja noch nicht wirklich ein Hunger Games Server, weil die Abmins können Hunger Games mit R. Willst du mich verarschen? Er hat zehn noch weiter. Hä? Du hast den gekillt und er hat dich gekillt. Erzähl weiter und frag nicht. Ja, egal. Also... Und wenn sich einer mit Nitrado einkennt, wie man die Rechte, ähm... Ja, einstellen kann... Der kann es bei mir... Der kann es zu mir in eine PN schreiben. Dann kann ich... Ja, schreibt ihm in eine PN. Leute, hier fällt man auf der Map. Egal. Also schreibt ihm in eine PN, weil ich brauche einen, der mir hilft. Weil... Ja, ich möchte gern, dass die anderen Spieler auch Hunger Games zocken können. Aber das klappt ja nicht. Und ja, wir sehen uns dann, wenn du dann die Aufnahme stopfst, in der nächsten Folge. Ja, also dann sag ich mal, bis dahin sag ich mal, ciao. Ciao.